Zur Messerstecherei gestern Abend. Welche Informationen hat man nun zum Tathergang? Weiß man schon genaueres zur Tatwaffe, zur Taturzeit? Die Tat ereignete sich gestern kurz nach 18 Uhr in Alturfer im Bereich der Weber-Schule. Dort befindet sich ein Spielplatz. Und aufgrund von Zeugenaussagen wissen wir, dass dort gestern vermutlich drei Afghanen miteinander in Streit gerieten. Dann auch eine körperliche Auseinandersetzung folgte. Und im Zuge dieses Streites wurde ein 20-jähriger Afghane sehr schwer verletzt. Und er lag noch an Ort und Stelle seinen schweren Verletzungen. Jetzt ist das eine sehr belebte Gegend in Alturfer. Es sind sehr viele Anrainer. Wie ungewöhnlich ist das jetzt auch für die Bevölkerung in Alturfer? Gibt es dort Grund zur Besorgnis? Die Situation ist sicherlich neu und für die Bewohner in Alturfer dort nicht gewohnt. Ich kann das jetzt nicht einschätzen, ob dort tatsächliche Probleme im größeren Umfang vorhanden sind. Darauf möchte ich mich sozusagen nicht einlassen. Und darauf möchte ich sozusagen keine Spekulationen verwenden. Insgesamt natürlich ist die Situation mit den ausländischen Mitbewohnern in Linz eine gewisse Herausforderung. Es gab Zeugen. Wie konnte die Polizei den Täter so rasch nach der Tat fassen? Es gab aufgrund eines Zeugen sehr gute Beschreibungen der Flüchtenden. Und natürlich haben unsere Kräfte in Linz unverzüglich die Fahndungsarbeit aufgenommen. Und relativ nach kurzer Zeit, nach der Tat, konnte ein Verdächtiger, auf den die Personsbeschreibung sehr gut gepasst hat, angehalten und dann mitgenommen werden. Und im Zuge der weiteren Überprüfungen ergaben sich dann ganz konkrete Hinweise, dass wir hier den richtigen Verdächtigen auch festgenommen haben. Nun meint man aus bisherigen Medienberichten schon, dass es eventuell auch Mitkomplizen bzw. Freunde des Täters gegeben hat. Konnten diese auch schon ausgeforscht werden, gefunden werden? Also eine Person ist noch flüchtig. Und hier laufen auch die Verhandlungsmaßnahmen. Wir gehen davon aus, dass wir aufgrund der vorhandenen Erkenntnisse auch diese Person ausforschen werden.